Hallo, hallo. Ach du Scheiße, wo bin ich denn? Styber? Warum? Okay, Styber. Ich war kurz Afgar. Die wurde hier gerade rausgeschmissen. Ja, schön, dass ihr da dabei seid. Wow, wow, wow. It's called it, Lex. My friend. Okay. Besucht wird etwas, was nicht aussieht wie ein Käppi, sondern wie eine Waffe. Nein. Maybe. Nee. No attachments. Ich halte mich nur kurz von ihm fern. Der hat da drüben gerade irgendwas aufgesammelt, deswegen... Hi. Ah ja, du mich auch. Hört auf, auf mich zu schießen, schießt aufeinander. Scheiß, Lutscher. Ja, ich sehe es. Ich würde gerne schießen dürfen. Hm. Ja. Ist das ein Witz, ey? Ja, willst du wohl noch eine Waffe geben, oder was? Hier in der Mitte kann was liegen. Oh. Wenn ich hier nicht festhängen würde, ne? Ich bin hier nicht festgelegt. 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 Hat mir der Scheidempfer ganz gute Dienste geleistet, wa? Da wusste nicht, wo ich stehe. Oh. Ich dachte gerade, dass da wäre ein Gegner. Wie ist das denn? Du hast eine richtige Waffe und verlierst den Fight? Oh, das ist wahrscheinlich beim Looten überrascht, wa? Na, ist bitter. Ah ja, so. Halt, warte mal. Hier vorne an dem Lager stand noch eine Dose. Wie stand hier? Ich dachte wirklich, hier wäre ein Energy. Okay. So, kurzes AF-Kala-Battle. Da oben. Oh, bei dem einer hatte ich glaube, ich glaube, der hatte einen Revolver oder so. Und hat deswegen so genau versucht zu zielen. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Oh, das tut weh. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist... Nein. Ich werde dazu nichts sagen. Ja. Ich lasse das so im Raum stehen. Ich bin schon kleinere Hügel runtergerutscht und habe mehr Schaden kassiert, also. Von daher. Irrelevant. Halt. So gedanklich wusste ich nur, ich habe keinen Zweier auf... Rucksack auf... Was? Was war das denn jetzt? Warum springst du nicht? Was? Also so sollte es eigentlich aussehen, aber... Was haben wir denn hier? Eine Mikro-Utzi. Eine... Beim besten Willen nicht zu unterschätzende Waffe. Extrem stark. Oh, okay. Bist du irgendwo runter, ohne Schaden zu kriegen? Was meint er hier so? Was war das? Seht ihr? Ich habe schon wieder Schaden kassiert. Warum? Ja gut, ich glaube, barfuß ist es... Das mag ja sein, aber... Die Hälfte der Leute sind schon wieder tot. Na, hier draußen sollten wir vielleicht mal die richtige Knarre in die Hand nehmen. Warum kann ich nicht laufen? Dafür, dass das ein Sturmgewehr ist, ne? Das wird mal noch richtig langsam. Richtig. Richtig langsam. Und rechts sind die Türen offen bei den Herdhäusern. Mal gucken, ob wir den Kollegen finden. Leider nur nur einer Weste. Also, dass das... Mit der Koffer? Det istumo, dass es mehr vliegt. Oh, ich weiß. Erstmal. Und rechts. Nother. Gott. Stockball. And 20 нед. Amains lustig sind. Und runter. Das war's für heute. Und wo da drüben... So scheiße hinterher gesprayt... Oh, bin ich scheiße manchmal, ne? Ach ja... Na, manchmal... Ist noch einer da, ne? Habt ihr gehört? Vorne auf der Straße... Also da... Da vorne steht er... Wow... Jetzt hat sich gerade mein Stuhl gelöst... Entschuldigt bitte... So... So... Wollen wir mal kurz gucken... Natürlich versuche ich ihn außerhalb der Akustik zu zirkeln... So... 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 Ich gehe einfach davon aus, dass er das war... So... So... Munition... Munition... Warte mal... Das kann ich ja hier lassen... Das ist ja Quatsch... Wo ist die Scheißkiste? Ich nehme einfach... Haben oder nicht haben, ne? So... So sieht's aus... So... Wo muss ich denn hin? Also... Ich laufe schon zum Rand... Endet das hier? Nee, oder? Ich hoffe nicht... Häuserkampf in Jasnaya... Wehe akina... Aber es ist ja Körer... Und... So... So... ... 24 Sekunden. Wo könntet ihr nur alle sein? Ihr seid noch 27 Gegner. 26. A4, M16. Gucken wir mal nach, ob vielleicht jemand etwas Spezielles hat. Wow. AWM vielleicht oder GOSA. Keine Sau ist da. Na jetzt müssen sie move'n. Ob sie wollen oder nicht. Mal gucken. Irgendjemand auf der Brücke. Sieht nicht so aus. So, Mr. Tankstelle. Schauen wir mal nicht. Schauen wir mal nicht. Hmm. Wer sich hier wirklich bewegt, ne? Flugzeug. Ach du Scheiße. Oh, das ist bitter. Ist das ein Buggy? Ich booste mich kurz und dann fahre ich da rüber. Das ist zu riskant sonst. Und dann fahre ich da rüber und dann fahre ich da rüber. Let's go. Nein, halt, halt, halt. Hier ist noch so ein Hügelchen. Ja. 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 Was war das? Alter. Ja. 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 Ich dachte eigentlich, dass ich hier einen Kill abstauben könnte. aber scheinbar kann ich das knicken. Ich denke, hier muss mal ganz kurz hochgeholfen werden. Dann kommt schon. Ja. So ein Lag zum Ungünstigen. Und du bist sofort tot. Da hinten an der Kuhle sitzt einer. Ob man den von hier oben aus sehen kann. Da hat man ihn kurz gesehen, den einen. Aber wo ist der andere? So. 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 Der Hände an den Felsen lebt halt immer noch. Da ist einer. Du musst dir mehr Zeit nehmen zum Schießen mein Freund. Das muss ein One-Click sein. Schade er steht nicht nochmal. Da hat er diesen schönen Headshot Helm. Feiges Stück A. Da ist irgendwo sehr close an den Klippen. Jetzt hat er vollen Fokus auf den. Lass uns mal kurz heilen. Da hat sich der Suppressor Junge tatsächlich aus dem Staub gemacht. Jetzt noch mal kurz ne? Okay. Nicht auszumachen, ne? Wo der herum steht. Einer ist hier. Aber der da drüben ist nicht so wichtig. Also der Suppressor ist nicht so wichtig. Und wenn ich den gerne hätte. Das ist hier in meiner Nische. Noch sechs Leute hier. Wow. Wovon 90% wahrscheinlich hinten an den Clip noch ist. Hier ist keiner. Jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren, Leute. Ganz schön, Suppressor, mein Freund. Dankeschön. Na dann, weiter geht's. Ja. 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 Noch fünf Leute und alle sind am kriechen, weil der, der aufsteht, stirbt. Also das war jetzt einfach nur wahllos hier mal ins Feld gehauen, ja? Jetzt kann der das Leben retten. Außerhalb des Spielbereichs. Ja. 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 Einzige, was ich noch hätte machen können, nachdem ich den Headshot gedrückt habe, hätte ich auf die M4 wechseln müssen und hätte pre-fieren. Ja, auf dieselben Stellen, wo er jetzt hätte rauskommen können. Das wäre noch eine Situation gewesen, aber das ist eine Erfahrungssache. Schade. Ich hoffe, dass es euch sehr gefallen hat. Mir hat es wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider nur sechs Skates, aber dafür, dass wir AFK runtergekommen sind an einem nicht sehr spannenden Ort, denke ich. War es ganz nett. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.